so versuchen das ganze nochmal und ja versuchen das ganze schnellstmöglich ok ich kann ja die dinger sind schon ziemlich stahl ok ich mach dem jetzt schon ziemlich viel charme so zu kämpfen ja genau geht's noch ich mach mich doch mal hier ich versuche einfach mal die fächer zu sehen aber irgendwie ist es leichter getan als gesagt ich weiß ob er was verliert oder muss ich einfach mal aushalten abwehren ok dann zahle ich nicht dass er Energie verbirgt wenn ich einen umbringe oh 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 was macht der alter alter du hast da irgendwo einen Weg ok ach du scheiße das Problem ist ich bisher nichtmals oh die sind sieht man einmal da leht ja gar nichts dann kann man ja auch nicht daheim ja ja schön boah das war jetzt knapp alter was geht denn hier ab ich hab keine ahnung ich hab keine ahnung wie ich den wie ich den besiegen soll aha ich bin überfragt der typ kommt auch nicht runter ja keine ahnung hallo ja klar natürlich ich weiß ja auch wann der da seinen scheiß strahl macht ja wie übertrieben ist das denn bitte hallo ja dann versuchen wir das mal so durchzuhalten ja dann versuchen wir das mal so durchzuhalten ja der verliert ja hm ne das mal nur ja das hätte schon gerne Waldtrock mit energie alter das ist ein instant kill gut dass ich noch ihm ja ja super ja von dem gibt es auch schon 1000 million kommt immer wieder kommt immer und immer wieder keine ahnung was er machen muss dass er so lange aushalten dass er keinen hunger mehr hat ehrlich gesagt hab ich keine ahnung zu schildern keine ahnung hat da verliebt kein einzelnen energie ja aber nicht zu schildern blocken puh ja natürlich er bekommt immer mehr miniaturen von ihm da wollen wir sie auch nicht wo die langlaufen dann hab ich ein problem wie krieg ich denn mit der down wo ist denn da die bürge wo ist denn hier wo wie was ja keine ahnung ja macht mal so einen strahl aber das war's auch kann mir mal erklären wie der boss geht dann muss ich wohl googeln oder so ja finsterer gym game play oder so irgendwie da ich hab keine ahnung ich versuch die ganze Zeit mit seinem miniation zu töten denn überhaupt ok ich hab kein ja was soll ich machen denn ne leute ja ich werd mal schauen wie der kampf funktioniert oder was ich da überhaupt machen muss ähm dann bis gleich also ich hab jetzt mal ein video gefunden also gegoogelt ähm hab ich nix gefunden aber youtube gab es ein der hat es mit den nova kanon level 4 gemacht mit den white pot also ich frage nur ob level 3 ausreicht er hat da ungefähr 1500 schaden gemacht also deswegen weiß ich nicht ob ich da irgendwie schaden machen kann ob das reicht ansonsten sind die dinger hier einfach nur ableckung ja erstmal muss man herausfinden wie genau das funktioniert naja vielleicht dauert das länger bei mir also nur mit den nur mit schusswaffen oder mit zaubern funktioniert das ich zieh mir schon was ab aber nicht allzu viel naja ok er hat 300 das ist die frage nur ähm schaffe ich mit meinen kanonen und alles mehr ich muss es einfach mal ausprobieren ja die dinger sind einfach nur Ablenkung naja nicht wirklich also dass meine wache viel zu schwach wäre ja ja dann habe ich wohl jetzt ein Problem ne weil ich die level 4 kanonen nicht bauen konnte dauert das wohl länger sorry dafür aber solange ich den noch downkomme das ist doch mir alles recht ich muss jetzt mit den 370 oder was das immer ist ich habe auch keine ahnung ab wann man den treffen kann er hat auch einen ganz anderen ähm äh whiteboard füße gehabt naja mit dem das reicht auch aus ah jetzt ist er weiter unten ok kann ich das auch noch nicht soweit hm dann dann halt ach der dinger kann ja noch fort nehmen na super ich habe doch abgewehrt na gut bei ihm ist kein instant kill keine ahnung wieso aber bei ihm gibt es sowas gar nicht keine ahnung alter ich hasse euch geht weg von mir meine Fresse triff doch mal wieder ja wäre schon schön ähm kein effekt kein effekt kein effekt ist scheiße wie soll ich ihn sonst treffen ach der war so scheiße ey hehehe weil ich kann ja nur wakern und Level 4 halten ja wieso wusste ich ja nicht dass ich zum bauen sowas brauche und wir können ihn wieder treffen hallo hallo ist nun mal wieder treffbar wo ist denn der war den gar nicht mehr ne irgendwie jeder boss weil wir keinen schaden nehmen von mir die türen sollen einfach nur als Ablenkung dastehen scheiße das ist doch scheiße ist das doch wie soll ich den boss denn killen wenn ich das nicht mal schaffe irgendwie Schaden zu verursachen irgendwas mit den Miniaturen und irgendwie so Detailschaden nö warum denn auch ja nix hier geht mir nix aus den eieren ey kein Schaden bleibt liegen ich konnte ihn jetzt einmal schaden machen das war's das war's kein effekt kein effekt ja was war eigentlich mit dem kampf ich kann mich nur noch mit den kleinen aber die kommen immer und immer und immer und immer den kampf kann ich nicht gewinnen wie denn ich krieg ein kurzrad ich habe keine ahnung wie ich den besiegen soll kein effekt die dinger sind ziemlich stark ach komm doch mal ab jetzt sind wirklich nervensegen ich muss aufpassen ich muss aufpassen was soll der dreck jetzt möchte ich erstmal wechseln mit nova kanonerei kommen die glaube ich nicht weiter wo ist denn der ich habe ein bisschen schaden gemacht kein effekt kein effekt ich sehe das gefühl nicht los dass irgendwie diese dass die 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 viecher was damit zu tun haben dass ich ihn angreifen kann ja der trifft ja auch seine eigenen schaden schaden mach schaden drauf ist mir egal gib mir die kraft der sonne oder sonst irgendwas was hallo ich komme auch nicht mehr raus der schwimmt da oben stell dich mal den kampf ey ja wie ist das herrlich wenn ich mich besuchen kann so das kein effekt hat dann kann ich auch einen schaden drauf machen ich muss so lange machen dieser schaden machen kann das finde ich bei den let bei den hauptstorien da wusste man jetzt kann ich schießen und hier nix er ist so kotze wenn er kaputt ist dann noch ein problem monika ist ja auch schon dauernd supernova hat keinen effekt auch genau so wie die treine hallo wie funktioniert der kann keine ahnung Kein Effekt ist Das ist nicht schön Ich hab keinem lassen schon mal Ach der Kampf ist doch behindert Ist das doch hier ey Wie soll man den Kampf denn gewinnen Mit den Mitteln die ich habe Geht doch gar nicht Ach ich geb's auf Halt die Fresse Ich guck mal ob ich irgendwie Einen Guide finde Oder einen ordentlichen Guide der mir wirklich hilft Oder irgendwas lesen kann Ansonsten hab ich keinem lassen schon mal wie ich ihn besiegen soll Ich komm Ich schaff nicht mal seine Verteilung durchzubrechen Ob irgendwie was mit diesen Miniationen jetzt zu tun hat Ich hab keine Ahnung Weil die kommen ja immer und immer wieder Also der Typ Dem Video der hat nämlich Novacano Level 4 Ich hab keine Ich hab sowas nicht Weil ich sie nicht bauen kann Das ist doch unfair Vielleicht hab ich einen anderen Speicher noch in Sonnstein Aber ich glaube wenig Ich glaub das hab ich schon alles überspeichert Ach das ist doch Katze Naja ich guck mal ob ich irgendwas herausfinde Ansonsten Ja dann hab ich ein Problem Dann komm ich nicht mehr weiter Muss ich jetzt Muss da sich den letzten Boss abbrechen Das will ich ja gar nicht Ich muss irgendwie gucken wie ich ihn besiegen kann Es muss eine Lösung geben Naja Wir sind uns dann beim nächsten Mal Also Bis dann und ciao